Arbeite an deiner Selbstliebe. Mach dich nicht abhängig von anderen Menschen. Mach dich nicht abhängig von einer Partnerschaft. Du darfst dich nicht wertlos fühlen. Du darfst dir nicht selbst die Schuld geben und du darfst dich gleichzeitig auch nicht zum Opfer machen, sondern du arbeitest jetzt an dir. Du machst das, worauf du Lust hast. Und wenn du dich selbst liebst und in dem Moment, wo du dich wieder selbst liebst, bist du plötzlich auch wieder offen für ganz andere Sachen und du hast die Kraft zu sagen, ich weiß, was mir an einer Beziehung wichtig ist und das suche ich jetzt, beziehungsweise das werde ich finden. Puh, heute haben wir ein Thema, was wahrscheinlich jeder von uns kennt und vor allem wird jeder diesen schrecklichen Schmerz, der damit verbunden ist, kennen. Folge 18, heute Thema Trennungen. Aber, Freunde, bevor wir mit Schmerz starten, würde ich sagen, lassen wir einfach mal die Liebe bei uns in die Räume. Alex, bist du da? Bist du gerade in Holland oder warum redest du so? Ja, natürlich. Ich bin Holländer mit spanischen Wurzeln. Dialekt. Sehr gut. Oh, wir haben uns heute ein sehr, sehr schweres Thema ausgesucht. Ja, ich trage aus gegebenem Anlass schwarz. Nein, wir haben uns wieder nicht abgesprochen. Wir sind wieder, auf YouTube kann man uns ja auch verfolgen, einfach Ratschläge unter Freunden so. Dann sind wir offensichtlich wieder Color Matching unterwegs. Uh, perfekt. Aber wir haben ja nicht immer dasselbe an, ne? Weil wir haben uns letzte Woche live gesehen. Ja, es war mega geil, Mann. Endlich mal so richtig interagieren. So, weißt du, nicht so virtuell. Vor allem, ich dachte ja ganz, ich dachte ja bis zu diesem Moment, dass es dich gar nicht gibt. Ja. Ich dachte wirklich, dich gibt es nicht und du bist einfach irgendwie so eine künstliche Intelligenz, die, die können ja mittlerweile alles, ne? Ja. So eine künstliche Intelligenz, die ihr mit mir redet. Und dann habe ich gemerkt, als du neben mir saßt, so intelligent bist du gar nicht. Nee, ich bin auch eigentlich nur ein Avatar. Für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, wir haben letzte Woche Mittwoch unser ersten Live-Podcast gemacht und dafür ist Alex extra zu mir nach Köln gekommen. Mhm. Ich wurde eingeflogen, der rote Teppich wurde ausgerollt. Ja. Und ich habe Kaviar gefressen und Champagner gesoffen. Also, Leute, Folge 17 ist das übrigens. Die letzte Folge, also nicht die letzte Folge, die vergangenen Folge, das ist jetzt hier gerade die Folge, die wir machen. Folge 17, also eine vor der, die ihr jetzt hört, für jeden verständlich, ist dann die Live-Folge, ist der Mitschnitt der Live-Folge, könnt ihr reinhören. Und ich glaube, auf YouTube gibt es nämlich auch einen kompletten Mitschnitt der Folge. Dann könnt ihr uns auch noch mal sehen, wie wir nebeneinander saßen und ich will nicht zu viel verraten, aber es war teilweise magisch. Ja. Jetzt hör auf, die Leute zu verschrecken. Okay. Apropos magisch, ich habe einen Witz für dich. Bitte. Warum stiehlt Robin Hood Deus? Weiß ich nicht. Er verteilt es unter den Armen. Ey, du wirst immer besser. Der ist gut. Der gefällt mir. Sehr gut. Schön. Gut. Ich habe gedacht so zur, ich weiß gar nicht, sollen wir es jetzt schon spoilern oder sollen wir es, nee, wir haben am Ende eine kleine Ansage zu machen. Ich habe mir gedacht, jedenfalls zu der heutigen Folge muss ich nochmal einen richtig raushauen. Hast du geschafft. Thema Trennung. Alexander, ich bin ein bisschen traurig geworden, als ich die ganzen Nachrichten gelesen habe, weil Trennung, das kennt jeder von uns und das ist so ein widerlicher, abgrundtief, böser Schmerz, den man so schwer handeln kann, würde ich mal sagen. Er ist ein Motherfucker, dieser Trennung. Du bist heute so rhetorisch eloquent unterwegs, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß. Ich habe mich vorbereitet. Bist du bereit direkt für die erste Frage, weil wir haben ganz viele Quickie-Fragen heute und wir haben uns ja die letzten Male so oft verquatscht, dass ich sagen würde, wir starten jetzt einfach direkt rein. Ja, gut. Die erste Frage kommt von alle. Im Sinne von wirklich, diese Frage kam also bestimmt 50, 60 Mal. Die erste Frage lautet, wie schaffe ich es, meinen Ex-Partner zu vergessen und wieder glücklich zu sein? So, Alexander, sag das jetzt. Wie schafft man das? Alle. Ja, klar, fragen es alle. Wie man es schafft, ist kein Geheimrezept für… Doch, wir wollen aber jetzt eins. Dafür bist du hier eingekauft worden. Du hast, ich bin… Indem ihr euch ins Bett legt, morgens aufwacht und dann ist alles vergessen und ihr seid glücklich. Das ist das Geheimrezept. Schön wär's. Oh Mann, ey, das ist so… Das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Und bei manchen dauert es länger, bei manchen dauert es kürzer, ist es schneller vorbei. Es ist ein Prozess. Ich habe es schon so oft gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber auch die Zeit ist nicht klar definierbar. Das ist etwas, das muss man akzeptieren. Das wird einen eine Weile begleiten. Und sobald man alleine ist, wird dieses Thema auf jeden Fall aufploppen wieder. Wenn man abgelenkt ist, unter Leuten ist, dann wird es gehen, dann wird es okay sein. Jeder kennt es, jeder macht es durch und es ist etwas, was sich nicht vermeiden lässt. Das ist eine Tatsache. Man kommt mit jemandem zusammen, es ist schön, man trennt sich und diese Trennung wird immer, immer schrecklich sein. Vor allem, wenn man die Person ist, die verlassen wurde. Auch wenn ich mich getrennt habe, ich habe trotzdem gelitten. Ich habe das Gefühl, also es sei denn, du bist ein wirklich, ein gefühlskaltes Arschloch. Und wenn du das nicht bist, dann leidest du irgendwie immer mit. Also ich kann, egal, auch wenn ich mich getrennt habe, ich bin halt empathisch. Ich habe halt mir immer vorgestellt, wie die Mädels da saßen und traurig waren. Und dann war ich traurig. Und dann habe ich, obwohl es meine Entscheidung war, quasi das auch zu meinem Problem gemacht. Und mich quasi auch noch zum Opfer gemacht. Obwohl ich ja letztendlich, also wenn man von Opfer und Täter ist ja auch in dem Zusammenhang falsch. Aber wenn man von Täter sprechen will, ich war ja derjenige, der sich getrennt hat. Trennungen sind einfach, oh Gott, ich kann es nur an alle da draußen sagen, weil wir haben ja auch eine ganz große Altersrange. Egal, wie alt man ist. Trennung, wie hat Alex so schön gesagt, ist ein Motherfucker. Ist so. Es ist wirklich so. Und ja, das hast du ganz schön gesagt, dass man auch, wenn man sich von niemandem trennt, dass man trotzdem schlechtes Gewissen hat. Oder trotzdem auch Trennungsschmerz empfindet, weil de facto man wächst halt irgendwie zusammen. Und man lernt jemanden kennen. Und es findet halt ein Austausch statt. Und man verbringt einen gewissen Zeitraum, eine Zeitspanne miteinander. Und scheiden tut weh so. Ich meine, aber das ist ja die Sache. Was gibt es für eine Möglichkeit, diesen Schmerz entgegenzuwirken? Beziehungsweise, wie kann man ihn vermeiden? Gibt es nicht. Du kannst sagen, du lässt dich nie wieder auf Liebe ein. Ja. Aber dann verpasst du natürlich auch eine unfassbar schöne Seite des Lebens. Liebe. Und jetzt sagen die Zyniker unter uns, scheiß drauf. Es ist egal. Ich kann auch alleine sein. Das ist sehr schön, wenn ihr alleine sein könnt. Ich glaube, im Alter und aufgrund von vielen gescheiterten Beziehungen oder so, wird man auch immer zynischer. Und sagt, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber wenn du Liebe spüren willst, und das habe ich in einer der Folgen schon mal gesagt, wenn du Liebe spüren willst, dann musst du auch akzeptieren, dass es irgendwann weh tut. Und man sagt immer so, Liebe tut weh, aber ich glaube, Liebe tut nicht weh. Liebe ist immer schön. Sondern wenn die Liebe weg ist von einer Person oder von beiden Personen, dann fängt es an, weh zu tun. Und da kommt man nicht drum rum. Also ich habe natürlich in der Vorbereitung der Folge, habe ich mir so ein paar Punkte rausgesucht, die man jetzt einfach mal so sagen kann, was man machen soll. Und ich glaube, das sind auch wirklich gute und hilfreiche Punkte. Aber letztendlich hast du es gesagt, es tut weh, es wird wehtun und es wird eine Zeit in Anspruch nehmen. Und diese Zeit kann man auch nicht definieren. Halbes Jahr, Jahr, bei anderen dauert es fünf Jahre, was auch immer. Aber man kann natürlich für sich versuchen, Hebel umzulegen, damit es möglichst schnell geht. Ja, ich meine, jeder hat irgendwie eine andere Herangehensweise oder es gibt tausende Versuche, wie man es schaffen kann. Weißt du, manche gehen jeden Tag, jeden Abend raus, machen Party, besaufen sich, um das irgendwie, diesen Schmerz zu ertränken. Oder versuchen, sich mit anderen abzulenken, indem sie Affären haben etc. Bei manchen einem funktioniert das. Ich bin jemand, bei mir funktioniert sowas nicht. Nee, finde ich auch, glaube ich auch. Ich glaube aber auch nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert für den Zeitraum. Aber letztendlich gibt es dann trotzdem wieder einen Moment, wo du alleine bist und dann kommt der ganze Scheiß wieder hoch. Ich glaube auch. Ich glaube, man versucht es, diesen Schmerz abzutöten. Man versucht es, dass es verschwindet. Aber letztlich ist dieser Schmerz immer noch da. Man versucht ihn einfach zu betäuben und versucht sich abzulenken. Und es gibt so viele, die sich dann auch sagen, ich merke ja immer, wenn Menschen nicht darüber hinweg sind, dann verhalten sie sich so, indem sie ganz laut immer sagen, also mir geht es total gut. Ich bin so froh, dass das endlich vorbei ist. Also oh mein Gott, mit dieser Person könnte ich ja nie wieder zusammen sein. Also ich bin viel glücklicherer Mensch. Da merke ich mal so, okay, ich glaube, das ist nicht wirklich abgeschlossen. Ja, total. Fake it till you make it. Es ist so. Also ich glaube, ein Stück weit funktioniert fake it till you make it. Ich glaube, es funktioniert ein Stück weit, weil du einfach deinen Kopf dafür konditionierst, irgendwann selbst zu glauben, dass der Bullshit, den du dir da einredest, die Wahrheit ist. Ich glaube, das strahlt es dann aus. Ich kann nur nochmal meinen Lieblingssatz wiederholen. Das, was wir denken, das fühlen wir. Was wir fühlen, strahlen wir aus. Und was wir ausstrahlen, das ziehen wir an. Und wenn ich die ganze Zeit mir einrede und denke, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, super, mir geht es viel, viel besser, dann fühle ich das vielleicht irgendwann. Im Idealfall. Aber ich glaube auch, bei einer Trennung ist das so ein Trugschluss. Ich kann da nur eine Geschichte erzählen, ganz kurz von einer Kollegin, einer Schauspielkollegin, die sich mit mir mal unterhalten hat und die mit einem Kollegen, mit einem Schauspielkollegen zusammen war. Und dann saß sie bei mir in der Garderobe und dann kamen so Gespräche. Nee, nee, ich bin ja froh, ich bin ja froh, ich habe das ja dann auch beendet und so. Und hast du eigentlich noch Kontakt zu ihm und so? Ja, weiß ja gar nicht mehr. Und eine Stunde immer über diese Person geredet und ich dachte so, oh Gott, da sind noch eine Menge Baustellen offen. Ja, es ist halt so. Es ist so. Ich aus persönlicher Erfahrung kann nur sagen, der Schmerz ist da. Ich bin auch jemand, der braucht sehr lange, um sowas abzuschließen. Aber es gibt da so eine Phase und ich sage mal so, die erste längere Zeit ist da dieser Schmerz so präsent. Und das ist jedes Mal, wenn man daran denkt, dann tut es weh. Und da kommt so viel Wut hoch auch so auf die Person und so. Und irgendwann kommt man in die nächste Phase, das ist bei mir so, dann ist irgendwie nur noch dieser rationale Part da. Das heißt, der Schmerz, der ist irgendwie gewichen. Vielleicht kommt er ab und zu nochmal hoch. Aber der ist so eher unterschwellig und ich nehme ihn gar nicht mehr so stark wahr. Aber es ist nur noch der Kopf, der dir halt sagt, ja okay, da war was. Aber dann merke ich so, okay, da komme ich in diese nächste Phase. Und das ist dann so eine Phase, wo ich dann merke, dass ich mich auch emotional wieder öffne und bereit bin, rein theoretisch jemanden kennenzulernen und was Neues zu starten. Aber diese Phasen sind wirklich schwer zeitlich einzuschätzen. Wie ist das bei dir? Ja, es ist der Horror. Also es ist einfach, ich fange schon an, umzustottern. Ich kann mich auch voll in diese Situation reinversetzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Freundin und ich jetzt Trennung, Horror. Das ist für mich direkt Weltuntergang. Weil es ist einfach so, du kannst dich ablenken. Aber ich finde einfach, die schlimmsten Momente sind, also wenn es im Winter oder Herbst passiert, Horror. Weil es den ganzen Tag dunkel ist und grau ist und depressiv und trist, ganz schrecklich. Aber auch im Sommer, es kommen die Momente, wo du abends alleine zu Hause bist und dann kommt der ganze Kram hoch. Und das ist so ekelhaft und schmerzerfüllt. Und es ist aber der Fakt, dass es so ist. Und ich glaube, du kannst dann nur, und deswegen würde ich jetzt zu den Punkten kommen, die ich rausgesucht habe. Du kannst nur versuchen, da für dich gegenzuarbeiten, weil du kannst den Schmerz nicht wegmachen. Du kannst nur daran arbeiten, dass der Schmerz über einen Zeitraum weggeht. Und der erste Punkt ist, der steht hier unter dem Punkt, nimm den Schmerz in den Arm. Und das haben wir in den vergangenen Folgen auch ganz oft gesagt. Nimm den Schmerz an. Nimm wahr, dass er da ist. Verleugne ihn nicht. Mach nicht den Fehler mit fake it till you make it direkt am Anfang. Sondern spür in dich rein. Nimm dir die Zeit. Wo tut es weh? Wie schlimm ist es? Und es ist ganz schrecklich, diesen Schmerz zu spüren. Es ist ganz, ganz schlimm. Aber erst mal wahrzunehmen, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich weine. Und für mich ist das gerade in diesem Moment der Weltuntergang. Also erst mal akzeptieren, dass da Schmerz da ist. Der zweite Punkt ist dann, niemals in die Hoffnungsfalle treten. Im Sinne von, na ja, aber vielleicht könnte das ja noch was werden. Ich gebe dem mal Zeit. Nein, wir haben so gut zusammengepasst, das wird bestimmt wieder was. Nein, stopp, raus aus dieser Hoffnungsfalle. Sondern ganz klar sagen, das Ziel ist jetzt für mich zu akzeptieren, dass die Beziehung zu Ende ist. Und alles wegnehmen, was dich an diese Person erinnert. Das Kuscheltier muss weg. Das T-Shirt, was vielleicht noch rumliegt, muss weg. Hör auf, Social Media zu stalken. Hör auf, Facebook zu stalken. Es ist vorbei. Und das heißt nicht, dass ihr nie wieder zusammenkommen könnt. Nein, 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 wer weiß, was in Zukunft passiert. Aber erst mal muss auch die Hoffnung weg. Na ja, vielleicht wird das ja was. Weil du klammerst dich an jede kleinste Hoffnung. Jeder Kontakt, jede Nachricht, jedes Telefonat ist wieder ein Schritt in die falsche Richtung. Der dritte Punkt, und du hast es gerade gesagt, du bist dann wütend, sagtest du. Das ist auch gut und es gehört auch dazu. Dann nimm dir ein Kissen, schrei da rein. Geh in den Wald, schrei rein. Geh zum Sport, was auch immer. Komm in Aktion. Mach einfach irgendwas, um diese Wut rauszulassen. Und es ist vielleicht auch in dem Moment gar nicht schlecht, eine Wut auf den ehemaligen Partner zu haben. Das kann halt auch helfen. Das kann auch helfen, die ganzen Emotionen rauszulassen. Dann gibt es den vierten Punkt, schreibst dir von der Seele. Das klingt immer so kitschig, ja. Und man denkt immer so, ja, Tagebuch, soll jetzt Tagebuch schreiben? Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn du gerade in diesem Gedankenkarussell bist, dann nimm dir einen Stift und nimm dir einen Zettel und schreib alles auf, was du gerade fühlst. Jeden Schmerz, schreib ihn auf. Nimm dir fünf Minuten, nimm dir zehn Minuten Zeit, schreib das auf. Es ist aus deinem Kopf raus, es ist in die Hand gegangen, es ist auf dem Zettel. Und dann verbrenn diesen Zettel, zerreiß ihn, schmeiß ihn weg, weg mit diesen Gedanken. Sei meinetwegen depressiv. Diese Phase gibt es, wo du dich hängen lässt, wo du traurig bist. Aber lass es eine Phase sein und sei in dieser depressiven Phase aktiv. Das heißt, geh raus, triff dich mit Freunden, mach Dinge, die dir gut tun. Du wirst immer Momente haben, wo du traurig bist, wo du da hängst, wo du am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen würdest. Dann ist das auch okay, aber lass es bitte eine Phase sein. Lass dich nicht hängen, lass diese Phase nicht zu lang werden, sondern werde aktiv und tu Dinge, die dir gut tun. Und was auch immer das ist, das weiß jeder von uns am besten selbst. Zeit für Selbstverwirklichung. Das hast du auch schon mal gesagt in einer der Folgen. Jetzt ist der perfekte Moment, das zu machen, worauf du Bock hast. Und du musst auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Beispielsweise, du wolltest immer mal wieder feiern gehen. Und dein Partner, das hatten wir erst in der Folge, ich glaube 16, will nicht feiern gehen, weil er introvertiert ist. Jetzt musst du auf niemanden Rücksicht nehmen. Du wolltest mal eine Frisur ausprobieren. Let's go. Du wolltest mal dahin reisen. Let's go. Oh, du stehst auf Horrorfilme. Gut, du musst nicht mit deinem Partner überlegen. Okay, müssen wir einen Kompromiss einschließen. Müssen wir einen Kompromiss schließen. Nein, mach das, worauf du Bock hast. Das ist die beste Zeit, jetzt einfach mal an dich zu denken. Und dann kommt der nächste Punkt, der ist extrem wichtig. Stürz dich nicht sofort ins nächste Abenteuer. Ja. Ich glaube, das ist falsch. Das ist falsch. Es kann helfen, wenn man etwas Neues hat. Es kann helfen, um seinen Selbstwert ein bisschen aufzubauen. Aber das ist nicht die Lösung. Dich direkt ins nächste Abenteuer zu stürzen, feiern zu gehen, rumzufögeln oder was auch immer. Oder den nächsten Partner zu tun. Das ist kacke. Weil ich sag dir eins, aus eigener Erfahrung, im Zweifelsfalle kommt es wieder nach einer gewissen Zeit an denselben Punkt, weil du nicht aus der Trennung gelernt hast. Du hast dir nicht die Zeit genommen, darüber nachzudenken und auch zu überlegen, was ist auch die eigene, wenn man davon reden will, Schuld. Weil in einer Beziehung sind es zwei Leute. Und auch wenn einer sich trennt, man hat irgendwie immer einen eigenen Anteil daran. Und es ist auch gut, dass man einen eigenen Anteil daran hat, weil sonst ist man ein Opfer. Weißt du? Sonst bist du einfach nur ein Opfer, dass du nichts darin ändern kannst. Aber nein, du hast eine eigene Verantwortung. Du kannst nicht anderen Leuten die Macht geben. Was liegt daran? Ich wüsste zum Beispiel bei mir, aus vergangenen gescheiterten Beziehungen würde ich sagen, jo, da habe ich aber auch, weiß ich nicht, da war ich zu needy, da war ich zu, vielleicht zu wegstoßend am Anfang, vielleicht war ich zu eifersüchtig oder was auch immer. Und das muss man lernen, da muss man sich selbst hinterfragen, damit das in zukünftigen Beziehungen oder in vielleicht hoffentlich der nächsten und letzten Beziehungen nicht wieder passiert. Und dann, und jetzt der wichtigste Punkt, und der hat auch nicht nur mit Trennung zu tun, das ist auch der letzte Punkt, arbeite an deinem Selbstwert. Arbeite an deiner Selbstliebe. Mach dich nicht abhängig von anderen Menschen. Mach dich nicht abhängig von einer anderen, von einer Partnerschaft. Du darfst dich nicht wertlos fühlen. Du darfst dir nicht selbst die Schuld geben und du darfst dich gleichzeitig auch nicht zum Opfer machen, sondern du arbeitest jetzt an dir. Du machst das, worauf du Lust hast. Und wenn du dich selbst liebst und in dem Moment, wo du dich wieder selbst liebst, bist du plötzlich auch wieder offen für ganz andere Sachen und du hast die Kraft zu sagen, ich weiß, was mir an einer Beziehung wichtig ist und das suche ich jetzt, beziehungsweise das werde ich finden. Und ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ja, finde ich super. Das waren jetzt viele Punkte, das war jetzt ein sehr, sehr langer Monolog von mir, aber ich glaube, spult zurück, nehmt die Kassette auf den Walkman raus, steckt einen Bleistift rein, dreht die Kassette ein bisschen zurück und hört euch das nochmal an. Weil als ich das gelesen habe, dachte ich so, das sind ganz viele Punkte, die wirklich hilfreich sein können. Vor allem der Punkt, dieses nicht eine gescheiterte Beziehung mit gleich einer neuen Beziehung wieder den Schmerz damit lindern wollen, sondern ich fand das gut, dieses lieber was anderes machen. Den Fokus, den Schwerpunkt im Leben auf was anderes legen. Sei es eine Selbstverwirklichung oder die Dinge zu tun, die man nicht machen konnte, als man in der Partnerschaft war. So eine Sache. Die Herangehensweise finde ich klüger, die ist halt natürlich nicht logisch, weil wie gesagt, man hat dir wehgetan und du willst wieder Liebe empfinden und jemanden lieben und dann denkst du halt natürlich, okay, jetzt muss ich jemanden finden. Dadurch kommt man halt, finde ich, in so eine Situation, dass man, du hast gesagt, ein bisschen needy auch eventuell wird und das erzwingen möchte und wie wir alle wissen, wenn man im Leben Dinge erzwingen will, dann funktioniert es in den meisten Fällen nicht. Und du machst dich halt wieder direkt von der nächsten Person abhängig. Ja, und solange das andere auch nicht abgeschlossen ist, weißt du, bin ich der Meinung, kannst du dich nicht komplett öffnen, weil du hast das irgendwie immer noch im Hinterkopf und das ist nicht ganz abgeschlossen. Es gibt ja so viele, die kommen aus der einen Beziehung gleich in die nächste und so und die tragen dann diesen Rucksack einfach immer noch mit und so. 100 Prozent, das bin ich, das bin ich einfach. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Ich war irgendwie vom Gefühl her immer, ich war in einer Beziehung, das war vorbei und ich hatte relativ schnell die nächste Beziehung. Und ich habe die Probleme der alten Beziehung mit in die neue gebracht, ob ich wollte oder ob ich nicht wollte. Man zieht Vergleiche. Man schreibt dem neuen Partner die Fehler des anderen zu. Man wird direkt wieder, also du lernst ja nicht draus. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben in einer Beziehung, wo ich auch wirklich mich spirituell und mental gesundheitlich auch mit dem beschäftige, was mit mir überhaupt los ist. Ja. Weißt du? Ja. Wo ich sage, na was sind denn so meine Trigger? Warum werde ich denn da getriggert? Warum ist denn da die Angst? Oder warum bin ich denn so? Und das ist so wichtig, weil wenn du aus der einen Beziehung in die nächste gehst, dann machst du das wieder selbst, weil du hast nichts gelernt. Mir hat eine sehr intelligente Frau neulich erst gesagt, wir sind Menschen, wir verändern uns immer wieder. Wir sind immer wieder in der Lage, Sachen zu ändern. Der Satz, ich bin halt so, funktioniert halt wirklich nicht. Wir können uns ändern. Ja, ich glaube auch, wir haben bestimmte Arten, Charaktereigenschaften, die haben wir nun mal, aber selbst da kann man Dinge hinterfragen und vor allem für sich dran arbeiten, damit man eben nicht wieder in diese Situation kommt, die so schrecklich wehtut. Ja, es ist absolut nachvollziehbar. Ich finde es nicht blöd, wie du meintest, dass du das machst, sondern ich finde es nachvollziehbar, dass man, wenn man eine gescheiterte Beziehung jetzt hinter sich hat, eine neue haben möchte. Das kann ich komplett nachvollziehen. Aber wie du es auch gesagt hast, man verändert sich. Pi mal Daumen, glaube ich, alle sieben Jahre verändert man sich als Mensch oder geht eine neue Phase über. Veränderungen passieren, Veränderungen gehören zum Leben und Trennungen leider auch. Also in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Konstellationen, die halten ewig so. Aber man muss ja nicht nur auf eine Beziehung beziehen. Wenn ein Haustier stirbt oder so, ist dieser Schmerz ja genauso furchtbar. Natürlich. Veränderungen sind für uns Menschen grundsätzlich immer echt schwierig. Ja, und es gibt Menschen, die holen sich dann gleich den nächsten Hund und versuchen das zu machen, aber sie denken halt trotzdem an den Verstorbenen so, weil der einem ans Herz gewachsen ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist jetzt absurd. Wir wollen jetzt auch nicht Tiere mit Menschen vergleichen und so. Und das ist auch ein bisschen was anderes. Aber letztendlich, sagtest du das gerade, ich bin mit zwei Katern aufgewachsen. Und nachdem der zweite, und das war der, der das Haustier meines Vaters, wenn mein Papa den Raum verlassen hat, ist der hinterhergegangen wie so ein Hund. Und der ist gestorben und das hat meinem Vater unfassbar weh getan. Und ich glaube, im selben Jahr haben meine Schwester und ich gesagt, komm, wir fahren jetzt mit ihm zu Züchtern hin und holen ihm einen neuen. Und er war auch in dem Moment, wo er die gesehen hat, war ja ganz glücklich und hat aber auch sofort gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Und damit war das durch. Und vier Jahre später hat er dann von alleine immer wieder über Katzen angefangen zu reden und wird dann gesagt, willst du einen Kater? Und das war dann der Moment, wo er gesagt hat, ja, ich kann mir das schon wieder vorstellen. Und jetzt hat er einen neuen und das ist so sein Lieblingssohn, würde ich mal sagen. Also, nein, sein, ne, und er ist ganz doll glücklich. Aber das war vor vier Jahren nicht möglich. Und es wäre auch ein Fehler gewesen. Es war auch so im Nachhinein, es wäre ein Fehler gewesen, direkt etwas mit etwas Neuem zu ersetzen, weil man dafür eigentlich, man ist dafür noch nicht bereit. Und man muss sich auch die Zeit nehmen. Und wir haben so, wir sind, wir sind so dumm, also auch gleichzeitig auch so gut, weil die nächste Frage wäre gewesen, da können wir jetzt trotzdem nochmal drauf eingehen, von Jackie kommt man schneller über eine Trennung hinweg, wenn man einen neuen Partner hat. Haben wir eigentlich, haben wir jetzt voll schon, ich meine, ist ja auch gut, wir reden ja jetzt seit 20 Minuten über dieselbe Frage, wir philosophieren und und, aber daran siehst du mal, was man da alles, ne, wir kennen es halt alle, aber trotzdem würde ich jetzt in die Frage mit reingehen, kommt man schneller über eine Trennung hinweg, wenn man einen neuen Partner hat? Also, man kann nicht pauschalisieren, vielleicht manche schon, ich bin der Meinung, nur die Person, die die Beziehung beendet hat und den neuen Partner hat, kommt schneller drüber hinweg. Ich glaube, für die andere Person ist es so. Ja. Also ich glaube fast zu sagen, ja, man kommt schneller über die Trennungen weg, wenn man einen neuen Partner hat, aber ich glaube, es hält nicht lange an. Okay. Wir haben zum Beispiel auch eine Nachricht gehabt, ne, die ist in den Quickies drin, sehe ich gerade, die, äh, kommt nachher noch, aber ich spoilere sie kurz, äh, und zwar schreibt Sarah, und dann kommen wir nachher noch drauf zu, ich bin seit knapp sieben Jahren in einer Beziehung und denke fast jeden Tag an den Ex. Und, und das ist so ein, das ist so ein Punkt, wo man eigentlich auch sagen könnte, ja, ich glaube, du kommst, ich glaube, es hilft dir, wenn du einen neuen Partner hast, über eine Trennung hinweg zu kommen, weil man hat da jemand Neues, man kriegt wieder Liebe, man kann wieder Liebe geben, man kriegt Aufmerksamkeit, das Ego wird wieder gepusht, man fühlt sich doch nicht wertlos, aber ich glaube, langfristig ist das schwierig und es führt mittelfristig zu Problemen. Und ich sage jetzt einfach mal, die Probleme könnten sein, dass die neue Beziehung am Anfang darunter leidet, weil man eben dann doch noch mal traurig auf dem Sofa sitzt, weil man die neue Person vielleicht doch noch zeitweise rejected, weil man sagt, nee, ich bin doch noch nicht so weit, weil man die Fehler der alten Beziehung auf die neue überträgt. Das kann am Anfang der Beziehung passieren und damit killt man halt irgendwie die Verliebtheitsphase. Könnte passieren. Es könnte aber auch passieren, dass man sich das so fake it till you make it einredet, ist alles cool, jetzt habe ich den neuen Partner, alles super, aber nach einer gewissen Zeit verfällst du halt wieder in deine alten Muster und zack, bist du wieder an demselben Punkt. Und dann befindest du dich quasi in der Spirale, wo du sagst, jetzt wird es eigentlich schon wieder Zeit, mir den nächsten Partner zu suchen und mit dem dann dieselben Fehler zu begehen. Es könnte natürlich auch, die Beziehung könnte auch funktionieren, die neue und dann ist es halt, ich meine, ich kann es verstehen für viele, ich meine, manch einer wird sich jetzt denken, Alter, ich kann doch nicht jetzt Jahre hier sitzen und bin Solo und keine Ahnung, meine Lebensjahre, meine Kostbaren, die verstreichen, dann habe ich doch lieber einen Partner, einen neuen und mein Gott, dann ist es halt nicht Feuer und Flamme wie bei dem davor, aber ich habe zumindest jemanden, mit dem ich Zeit verbringen kann, mit dem ich irgendwie körperlich bin und eine schöne Zeit verbringe, auch wenn das andere vielleicht noch in meinem Hinterkopf ist und so, aber so verbringe ich die Zeit wenigstens sinnvoll, anstatt irgendwie das Ding auszusetzen und abzuwarten. Das kann auch sein, na klar. Ich glaube auch, man sollte das eine erst abhaken und dann sich für die nächste Sache öffnen. Aber der Weg zu einer schnellen neuen Beziehung ist halt, der ist so verlockend, weil man ja wirklich, weil man ja, was passiert bei einer Trennung? Du fühlst dich irgendwie wertlos. Du bist traurig, du bist einsam und ich kann, das ist halt wie, ich hole mir schnell eine Ersatzdroge. Würdest du das so sagen? Du bist doch der Profi auf diesem Gebiet. Kennst du das nicht? Hattest du das noch nie? Wie ist denn das bei dir mit Trennung und so? Erzähl du doch mal was über dich so ein bisschen, mein Schatz. Ich hatte ja, ich hatte ja nur zwei Beziehungen gehabt. Ach komm, du bist 400 Jahre alt, du hast ja nur zwei Beziehungen. Ich weiß, ich bin eine fucking Schildkröte, Alter. Ich habe zwei Beziehungen gehabt. Und eine dieser Beziehungen war, naja, ging ein Jahr, aber hat halt darunter gelitten, dass ich die Frau davor nicht, dass das nicht abgeschlossen hatte. Sie hatte sich von mir getrennt und so und ich war am Boden zerstört und dann hat mich ein Freund mit der anderen Freundin verkuppelt, also mit der Mädel verkuppelt und ich bin mit der zusammengekommen und ich hatte aber auch wirklich dieses, ja, komm, ich hatte mit einer anderen zusammen. Und das hat irgendwie, da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen, dass ich da irgendwie emotional nicht wirklich offen war, weil rückblickend war das eine richtig coole Beziehung und die Frau war richtig, richtig cool bis heute. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Deswegen, das gab es nur einmal, dass ich da wirklich direkt in eine neue Beziehung reingerutscht bin. Ansonsten kenne ich das nicht. Also bei mir ist das wirklich, aber hat sich auch nicht ergeben, muss ich sagen. Es hat sich auch nie so ergeben, dass dann gleich jemand da war und man sich dachte, hey, ja, cool. Genau, das ist halt auch noch die Frage. Ich meine, inwieweit ergibt sich das? Ich glaube, wenn sich etwas ergibt, dann ergibt sich es vielleicht auch, ne? So, also, wenn sich etwas ergibt, dann ergibt sich es vielleicht auch. Ein kluger Satz. Also, vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben. Nein, ich will sagen, du bist in einer Trennung oder du bist aus einer Beziehung raus, du bist in einer Trennungsphase und triffst dann beim Eisessen eine Frau und das matcht direkt. Dann denke ich mir so, ja, das hat sich ergeben. Und da muss man ja auch dann nicht sagen, geh weg, ich finde dich nett und du findest mich nett, aber geh weg. Ich komme gerade aus einer Beziehung. Das soll es ja auch nicht sein. Aber ich glaube, du darfst dich nicht aktiv auf die Suche nach einem Substitut machen. Du darfst dich nicht aktiv hinsetzen und sagen, ich gehe jetzt raus oder ich nehme mir eine Dating-App oder was auch immer und ich suche jetzt ganz schnell einen neuen Partner, damit ich nicht einsam bin. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, bei mir hat es sich immer ergeben. Ich habe nicht gesucht. Sondern bei mir ist es irgendwie so natürlich gewachsen. Deswegen waren die Beziehungen nach den Beziehungen davor auch immer sehr lange. Ich hatte nie, ich hatte irgendwie nie eine Beziehung, die zu Brüche gegangen ist und danach hatte ich ein halbes Jahr irgendwen anders. Das war eigentlich nie so. Deswegen hat das immer funktioniert. Aber vom Gefühl rückblickend würde ich sagen, ja, ich habe schon sehr häufig immer wieder dieselben Fehler gemacht. Ja, aber das ist bescheuert. So, man macht, wenn du dich nicht selbst hinterfragst, machst du halt wieder dieselbe Scheiße irgendwann. Ich zumindest. Das ist halt so. Das Leben ist halt so. Also, wir sind der Meinung, Jackie, wir sind der Meinung, es hilft nicht zwingend, wenn man eine neue Beziehung hat, dass man schneller über die andere hinwegkommt. Habe ich das richtig verstanden, Herr Kohn? Ich erlaube dir auch deine eigene Meinung zu haben. Nein. Ich sehe es doch wie du. Ich sehe es doch so wie du. Ich glaube, es kann im ersten Moment hilfreich sein, so wie man sich mit Alkohol für einen kurzen Moment betäuben kann. Aber letztendlich, glaube ich, ist es gesünder, mit der alten Beziehung abzuschließen, sich selbst zu hinterfragen, gucken, was ist da passiert und frisch in eine neue Beziehung zu gehen und nicht irgendwelche Altlasten mit reinzubringen. Und das ist schon schwer genug. Ja, sehe ich auch so. Valentina, warum lässt sich emotionale Abhängigkeit nicht rational durch eine bewusste Entscheidung lösen? Valentina, ich höre diese Feuer. Da können wir, das ist auch, weil wir sind ja sowieso schon in so einer philosophischen Talkrunde hier, würde ich gerade mal sagen. Das ist etwas, worum man auch wirklich echt philosophieren kann und was ja auch letztendlich das Problem von Gefühlen ist, selbst wenn man es weiß, ist es sehr schwer, das umzusetzen und zu ändern. Also Emotionalität und Rationalität sind ja so wie Wasser und Feuer. Also es ist so. Feuer und Wasser sagt man. Man kann Feuer und Wasser. Naja, ich habe es umgedreht. Ich wollte nur mal klug scheißen. Ich glaube, es gibt keine universelle Regel, wie man das sagt. Ja, ich glaube, mit dem Kopf lieben ist schwer und mit dem Herz denken funktioniert, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ich habe es noch nie ausprobiert. Mit dem Kopf lieben und mit dem Herz denken, ich glaube, das ist schwer. Glaube ich wirklich, ja. Deswegen geht das nicht. Und es gibt Menschen, die sind grundsätzlich rationaler und manche sind einfach emotionaler und ich glaube, je nachdem, welcher Typ du bist, oder? Bist du einfach emotionaler und empfindest das viel stärker und kannst einfach nicht mit dem Kopf rangehen und andere führen rationale Beziehungen. Die gehen da eher sachlich ran, weißt du? So von wegen, ach ja, nee, gut, wir haben ja hier dieselben Interessen, das funktioniert ja und, weiß ich nicht, finanziell ist das doch auch super und wir verstehen uns ja. Also, weißt du, das soll jetzt gar nicht verachtend klingen oder so, aber es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen emotionaler und manche sind rationaler. Und ich glaube, wenn man der eine Typ ist, hat man eher Probleme, ne? Im Kopf ranzugehen oder emotional mehr Gefühl reinzubringen. Also, Valentina wird ja eher der Gefühlsmensch sein. Mit dem Namen muss das doch so sein. Du bist ein bisschen verknallt, ne? Ich finde den Namen sehr schön, Valentina. Valentina, also, ich weiß nicht, wenn du gerade Single bist, ich möchte ja nichts pushen und so, aber, also, den Namen mag Alex schon mal. Den Namen finde ich, ist ein schöner Name. Ja. Oh Gott, weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Was? Es gibt eine Folge, wo du mir das Herz brichst, weil es neben mir einen anderen Freund von dir gibt. Wie heißt er? Valentin. Oh, ich hasse dich so. Das ist nur dein Name. Ja, mein Gott. Das ist der Name. Ja, ne? Fällt dir das gerade nicht auf, dass du besessen von Valentin bist? Doch, aber weißt du was? Das ist mir egal. Es ist mir egal. Ich habe dich unterbrochen. Das ist mir jetzt gerade, das ist mir gerade wirklich während der, also, während des Gesprächs fällt mir das auf. Egal, ich versuche jetzt, meine Gefühle rational zu unterdrücken. Ich glaube, würdest du sagen, dass rationale Personen auch weniger Liebe empfinden? Das klingt so gemein. Als gefühlsstarke Personen? Ne, das klingt nicht gemein. Ich frage dich das einfach nur. Bleib mal locker heute. Grumpy Alex. Möglicherweise, würde ich mal sagen. Also, ich habe jetzt mal das Klischee, weiß nicht, der Computer-Nerd, der da sitzt und immer alles ganz rational, sachlich macht und so. Ob der der feurige Typ ist? Vielleicht schon. Aber ich würde eher dazu tendieren, wahrscheinlich ist er eher kühler, ruhiger, sachlicher. Ja, ich glaube, es kommt halt darauf an, was so deine Ausprägung ist. Bist du der, ja, der analytische Typ, dann kannst du wahrscheinlich auch eine Beziehung analytisch ein bisschen besser abhaken. Weil du ja das dann kannst, was hilfreich ist, um Gefühle zu kontrollieren. Was sagt man, um Gefühle zu kontrollieren? Versuch dich da aus deinem Körper rauszunehmen und geh da ganz analytisch an die Sachen ran. Warum ist das passiert? Warum fühlst du so? Warum bist du in dieser Situation? Wie kommt man raus aus der Situation? Hast du diese Situation schon mal gehabt? Hast du sie schon mal überlebt? Ja, gut, dann wirst du die jetzt wahrscheinlich auch nochmal überleben. Klingt ja alles so einfach. Weil, wenn man nicht gerade Alex ist, hat man vielleicht auch mehr als zwei Trennungen schon mal hinter sich gehabt. Dann weiß man ja auch, ja, life goes on. Ne? Weiß man, weiß man, weiß man, weiß man. Und trotzdem tut es weh. Wie die Hölle. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen der Trick, um Gefühle ins Rationale zu ziehen. Eben ein bisschen abgestumpfter damit umzugehen. Also, ich glaube, sich seine negativen Gedanken in dem Moment auch nochmal bewusst machen, ne? Weil nach einer Trennung, sag mal so zwei Sachen, was sind so typische Dinge, die man nach einer Trennung denken könnte? Ach, hast du nicht gedacht, dass ich hier Fragen stelle, ne? Warum hast du mich verlassen, du Arschloch? Warum hast du mich verlassen, du Arschloch? Ich bin der oder die einzig Richtige. Gut. Das wäre der erste Gedanke. Ja, okay, findest du? Ja, schön für dich. Der zweite wäre, warum hast du mir das Herz gebrochen? Ja. Und der dritte wäre, ich hoffe, du verreckst in der Hölle. Ja, aber dann finde ich, ist man ja relativ schnell an einem Punkt, wo man sagt, gut, ich hasse den. Ich hätte ja eher gedacht, die ersten Gedanken sind so, oh Gott, ich werde nie wieder so eine tolle Beziehung finden. Oh Gott, ich werde nie wieder einen neuen Partner finden. Oh Gott, ich werde alt sterben, einsam. Aber du offensichtlich nicht. So, das wären meine Gedanken. Und ich glaube, da muss man sich bewusst machen, es sind Gedanken und nur weil du denkst, ich kann jetzt fliegen, würde ich dir jetzt nicht sagen, stell dich mal aufs Haus und spring mal runter. Und genauso ist das mit jeglichen Gedanken, man sollte erstmal hinterfragen, sind die überhaupt die Wahrheit oder sind das wieder einfach nur Gefühle und Ängste und Ängste müssen nicht immer real sein. Ich kann mich auch in den Raum stellen und sagen, oh Gott, der Löwe frisst mich, der Löwe frisst mich. Solange kein Löwe im Raum ist, gehe ich mal davon aus, dass da nicht wirklich die Gefahr besteht, dass ich gefressen werde. Und das muss man so machen. Sind die Gedanken, die ich gerade habe, sind das wirklich Fakten oder kann ich diese Glaubenssätze hinterfragen? Warum glaube ich überhaupt, dass ich nie wieder wen Neues finde? Weil ich habe ja schon mal eine Partnerschaft gehabt und jemand Neues gefunden. Ich glaube, es ist auch wichtig, seine Gedanken umzuformulieren in so einem Moment. So dieses typische, das Glas ist halb voll oder halb leer Prinzip. Man kann sich hinsetzen und sagen, ich werde nie wieder einen Partner finden, oh Gott. Man kann sich aber auch hinsetzen und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, den Partner zu finden, den ich mir schon immer gewünscht habe. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Person zu sein, die ich schon immer sein wollte. Also auch dem Kopf nochmal, also den Gefühlen, so einen Streich spielen und sagen, nee, nee, ich denke jetzt bewusst positiv und dann fühle ich das auch irgendwann. Und nach diesen Glaubenssätzen dann auch irgendwie handeln. Also nur nochmal, was wir denken, das fühlen wir und es ist so. Und gerade wenn du sehr sensibel, sehr empathisch, sehr mitfühlend bist, dann können deine Gedanken dein Leben schon sehr beeinflussen. Du kannst dich hinsetzen und sagen, Herr Jemine, ich werde einsam und alt sterben. Und das denkst du den ganzen Tag. Ich werde einsam und alt sterben. Ich fange jetzt schon an zu heulen, weil ich denke, ich werde einsam und alt sterben. Ich kann mich aber auch hinsetzen und sagen, geil, der Weg ist frei für das, worauf ich Bock habe. Der Weg ist frei für den Partner, den ich mir immer gewünscht habe. Und der ist da draußen und ich habe Bock und ich will den treffen und ich will den kennenlernen. Und das redet, das kann man sich auch einreden, ja. Und ich sage dir, wenn du dir das einredest, wirst du dich anders fühlen, als wenn du die ganze Zeit denkst, ich werde alt und einsam sterben. Ja. Visualisierung, ne? Sich sagen, das möchte ich. Aber an diesem Punkt muss der auch kommen. Und auch das ist ja, um jetzt Valentinas Frage nochmal aufzugreifen, auch das ist ja, wenn du nicht der Typ bist, der wirklich grundsätzlich rational an Dinge rangeht, dann muss dieser Schmerz erstmal, diese Emotionen erstmal ein bisschen weichen, sich beruhigen und dann kann diese Rationalität funktionieren. Ja, angenommen, dass man grundsätzlich auch dazu in der Lage ist. Es gibt ja Menschen, die können nicht rational sein, völlig egal so, ja. Da kann man theoretisch sich hinsetzen, guck mal, das ist passiert, die Person war nicht gut zu dir, sie hat sich getrennt, hat ein neues Leben. Du musst jetzt versuchen, das abzuschließen und auch deinen neuen Weg zu gehen. Also, wenn man aber ein Mensch ist, der grundsätzlich theoretisch an sowas rangehen kann, rational, dann muss man es halt nur schaffen oder abwarten, dass das Gefühl der Schmerz zumindest ein bisschen nachlässt, sodass man dann auch, wie du es ja gesagt hast, das Leben neu für sich planen kann und sich sagen kann, okay, ich möchte das, das wünsche ich mir für die Zukunft. So einen Partner etc. Und so kann man dann voranschreiten. Es waren übrigens vier Trennungen und nur zwei Beziehungen und jetzt, das ist ein Rätsel. Ich wollte es nur mal for the record, ja. Aber, aber, ich bin schon ein Trennungsexperte, mein Freund. Hast du vorhin gesagt, ich, hast du vorhin nicht gesagt, ich hatte nur zwei Trennungen oder hast du gesagt, ich hatte nur zwei Beziehungen? Ich hatte zwei Beziehungen. Ach, es waren vier Trennungen und zwei Beziehungen. Okay, willst du das näher, Leute? Nein, doch, 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 doch. Nein, das ist ein Rätsel, das ist wie so eine Rechenaufgabe. Ich bin der Riddler von Batman. Von, 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 von Superman. Ich bin der Riddler von Superman. Ähm, vier Trennungen. Willst du sagen, wie das Verhältnis ist von, äh, dich getrennt zu getrennt worden? Fifty-fifty. Fifty-fifty. Was hat mehr wehgetan? Zweimal gewonnen, zweimal verloren. Fandst du gewonnen, ja, okay. So siehst du das. Ich bin schlechter Verlierer. Habe ich schon mal gehört. Okay, also, also verlieren war schmerzhafter. Ja, scheiße, ja. Hast du gelitten, als du dich getrennt hast? Auch. Ja, ne? Ja. Ist so, weil du hast ja, warst ja mal mit der Person zusammen oder in deinem Fall mit der Hälfte nicht zusammen, aber hast dich trotzdem getrennt. Ähm, ähm, ne? Und da, da ist ja die, ist ja das Gegenüber einem wirklich nicht egal. Ich sag dir auch so. Wie ist deine Statistik? Boah, weiß ich nicht. Ich hatte ja, hatte ja, hatte ja tausende Beziehungen. Über, über hundert kann man nicht mehr. Ich würde auch fast sagen, ich kann es nicht so, ich würde auch fast sagen, 50-50. Hm. Würde ich auch sagen. Wie ist es bei dir? Was tut mehr weh? Hm. Was für dich? Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, verlassen werden tut länger weh. Zu trennen war auch schlimm, aber da war es irgendwie meine Entscheidung. Hm. Ne? So ist es ja immer, so seine Entscheidung. Eine Trennung tut, wenn man sich trennt, tut einem, glaube ich, weh, wenn man empathisch ist und sich in die andere Person hineinversetzen kann und sagt, oh Gott, was habe ich da nur gerade jemandem angetan? Das verletzt mich selbst dann auch. Aber, aber wenn sich jemand von einem trennt, dann ist das, ja, dann, ich glaube, dann tut das auch länger, ja, ja, ich tut, das tut länger weh, weil man immer denkt, wie kann sie nur, warum, 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 was habe ich nur falsch gemacht? Diese dumme Kuh, ich will sie zurück. Ja, ja, ja. Man fühlt sich so hilflos. Es ist so. Es ist so ausgeliefert. Du kannst halt nichts machen. Und dieser Gedanke ist, ich glaube ich, immer gleich, dieses dumme Schwein, ich will sie zurück. Ja, genau. Natürlich. Aber, aber dann ist auch wieder die Frage, warum will man diese Person zurück? Ich sage dir, 90 Prozent ist einfach nur das Ego. Glaube ich auch. Das ist das Ego, was dir sagt, nein, ich möchte doch nicht verlassen werden. Nein, das kann doch nicht sein. Ich will das jetzt einfach zurückhaben. Und in dem Moment vielleicht sogar, wenn man es wieder hat, denkt man sich, das ist jetzt auch nicht mehr das Richtige. Ja, wollte ich gerade sagen. Also an alle da draußen, die da wirklich jetzt irgendwie verlassen wurden und sich denken, oh mein Gott, man hat die Tendenz, alles zu glorifizieren. Und es gibt ja hin und wieder Situationen, wo man dann wirklich irgendwie, man hat sich getrennt und wir wissen es alle, einmal trennen funktioniert meistens nicht so. Dann trifft man sich doch wieder dann, es war so schön und ich liebe dich und dann kommt man irgendwie doch wieder zusammen. Und dann merkt man des Öfteren mal so, okay, jetzt sind wir doch wieder zusammen. Irgendwie, ach Gott, das stört und irgendwie passt es doch nicht so richtig. Also das, was du gesagt hast mit dem Ego ist nicht verkehrt, finde ich. Ich glaube, man muss sich auch, man muss sich auch noch mal vor Augen halten, dass, nehmen wir jetzt mal die Ausnahme raus, du bist jetzt 16, wenn du uns zuhörst und deine erste große Liebe hat sich getrennt, dann musst du auf die älteren Leute, die hier gerade reden, hören. Auch das geht vorbei. Das, ich habe ja, ich habe ja so, ich habe ja drei, drei Weisheiten, die ich in die Welt tragen wollen würde, wenn mich einer fragen würde. Und eine davon ist, auch das geht vorbei. Und lasst euch das sagen, Alex hat in Trennungen gelitten, mit Sicherheit. Ich habe gelitten. Und trotzdem geht die Welt weiter. Und nach der Beziehung zu meiner Ex-Freundin, sechs Jahre, habe ich gedacht, der Zug ist jetzt abgefahren, Christopher. Das war die Chance auf Kinder, Hochzeit, Eheleben. Und jetzt, vier Jahre später, denke ich mir so, hm, interessiert mich gar nicht mehr. Könnte mir nicht egaler sein. Ja. Und das meine ich gar nicht böse irgendwem gegenüber, null, wirklich gar nicht, sondern einfach nur so, es tat für einen Zeitraum weh, aber auch das geht vorbei. Wenn man es denn vorbeigehen lassen möchte, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du dich an eine Beziehung, an eine Vorstellung, an eine Hoffnung so sehr klammerst, dass du nicht loslassen kannst und willst, willst, du loslassen willst, ich glaube, ist das richtige Wort, dann wird es halt nicht vorbei. Das ist so, als wenn du dir den Finger schneidest und nach zwei Tagen immer wieder hinguckst und sagst, oh, es heilt, das ist natürlich scheiße, da reiße ich doch jetzt nochmal auf. So, dann wird dieser blöde Finger, wird niemals heilen, weil du ihn immer wieder bewusst aufreißt und du musst halt an diesem Punkt kommen, wo du sagst, nee, ich lasse den jetzt mal heilen. Ich lasse den jetzt mal heilen. Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. So, Alexander. Ja. Quickies. Wir haben, wir haben, wir haben viele Quickies. Wir haben in der ersten Frage sehr, sehr philosophiert. Ich glaube, wir sind auch gedanklich ein bisschen heute hin und her gesprungen. Ich glaube aber, so ist das nun mal. So ist das nun mal. Trennung, Schmerz, Emotionen, Gefühle, da springt man halt mal ein bisschen hin und her. Ja. Bereit für die Quickies? Unbedingt. La 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 la. Quickies. Schön. Es hat irgendwas ganz Gruseliges, dass ich so eine Kinderstimme mache und du so eine gruselige alte Stimme, aber. Es hat halt nichts mehr mit dem Original zu tun, aber ist egal. Wir ziehen das durch bis zum Erbrechen. Es hat gar nichts mehr mit dem Original zu tun. Ja. Vielleicht müssen wir uns für die nächsten Staffeln, Jahre, was Neues überlegen. Es ist ja immer. Es ist okay. Es ist wie die Utah Jazz und die LA Lakers. Sie haben nichts mehr mit dem Original zu tun. Das versteht keiner da draußen, der uns gerade zuhört, aber es hat bestimmt eine große, tiefe Bedeutung. Eben. Annika, meine Partnerin hat noch Kontakt zu ihrer Ex und will sich mit ihr treffen. Na, dann würde ich sagen, lass sie sich treffen. Echt? Ich bin noch seit Folgen der Vertreter des, man kann auch Kontakt zum oder zur Ex haben. Das ist so falsch, Alter. Ich kann doch da jetzt nicht das Team wechseln, Alter. Nein, aber ich kann es dir nur noch immer und immer wieder sagen. Nein, es ist falsch. Nein. Also du sagst, du sagst, Annika, lass sie doch, lass sie doch mit ihrer Paar-Ex-Partnerin Kontakt haben, lass sie sich doch treffen, ja? Kommt auf die Umstände an. Wenn das alles in was, nicht in trockenen Tüchern, aber wenn das alles geklärt ist und aufgeräumt ist und die sich einfach verstehen und treffen wollen, ist doch okay. Wenn die sich die Zunge in den Hals stecken, dann natürlich nicht so. Nee. Aber man wird ja irgendwie ein Gefühl haben und Vertrauen zur Partnerin haben, wenn sie ihm sagt, ey, ich verstehe mich halt mit dem und treffen uns jetzt mal, keine Ahnung, zum Essen oder so. Also, mein Gott, ist okay. Ja, nee, ist nicht okay. Also, aber das ist ja, da kann ich auch nur wieder sagen, das, was wir schon immer gesagt haben, ist, wenn du dafür der Typ bist, also wenn Annika jetzt sagen würde, ey, das ist cool, wenn sich meine Partnerin mit ihrer Ex-Partnerin trifft, dann gibt's ja auch kein Problem, dann ist das natürlich super. Ja, aber dann würdest du die Frage ja nicht stellen. Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Das heißt, wenn da zwei Leute aufeinander getroffen sind, die das miteinander akzeptieren können und miteinander vereinbaren können und da wirklich Grundvertrauen haben, was natürlich bemerkenswert auch für mich ist, dann ist das super. Ich in dem Falle würde immer sagen, es ist dein Ex-Partner, warum muss dieser Ex-Partner noch in deinem Leben sein? Gibt doch keinen Grund. Für mich ist das so. Für mich ist das so. Warum, warum gibt's denn, wozu gibt's denn noch einen Grund, mit dem Ex-Partner Kontakt zu haben? Sagt mir das mal. Vielleicht ist man mit dem Guten auseinandergegangen. Vielleicht ist man mit dem Guten auseinandergegangen. Vielleicht war's. Wenn wir mit dem Guten auseinandergegangen sind. Ja, vielleicht war's nur traurig ein Scheiß-Ex-Partner. Er ist doch aus einem guten Grund ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin. Ja, dann soll er doch exorbitant weit weg gehen von mir. Ja, aber das ist doch egal. Ich finde immer wieder, für die Person, die jetzt mit der Person zusammen ist, ist es doch eine super Bestätigung. Wenn diese Person das nicht möchte, der neue Partner, ich würde mich nicht, ich würde nicht wollen, dass du dich mit Valentin weiterhin triffst. Nee, weil du hast, das war dein, das ist dein Scheiß-Ex-Partner. Alex, mach das ernst. Ich möchte das nicht. Wozu? Ihr habt euch getrennt. Ihr hattet eure Chance. Fuck off, Alter. Ja, gut. Christopher sagt so, ich sage so. Das ist kein Quickie. This is not a Quickie, my friend. Was sagen wir, Annika? Ich kann Annika nur sagen, Annika, ich verstehe dich. Ich würde meiner Partnerin sagen, pass mal auf, Schatz, kannst du es vergessen. Nee, so nicht. Ich würde sagen, ey, es gibt doch gar, es verletzt mich, ich mache mir Sorgen, was auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, ich verstehe nicht, warum du diese Person noch treffen musst. Wenn jetzt aber Annikas Partnerin sagt, ich möchte das aber, dann, ja, was soll sie machen? Du kannst ja diese Person nicht einsperren, bringt ja auch nichts für die Beziehung. Ist eine Scheiß-Situation. Was kannst du für einen Ratschlag geben? Kommuniziert miteinander. Sagt euch gegenseitig, warum euch das wichtig ist und findet im Idealfall einen gemeinsamen Weg. Alex sagt, ist doch gar kein Problem. Ich sage, du hast es ja wohl nicht mehr alle. Also ich finde es cooler, wenn sie sagt, ich treffe mich mit meiner Ex-Freundin, als wenn sie sagt, ich habe da jemanden, auf der Arbeit ist eine neue Kollegin und so, ich treffe mich mit der jetzt mal. Das ist viel schlimmer. Also, so. Aber drüber reden. Das ist auch ein guter Punkt eigentlich. Das ist jetzt leider nicht das Thema, aber finde ich ein guter Punkt. Hast du vielleicht auch gar nicht so unrecht. Sarah, habe ich vorhin schon angeteasert. Ich bin seit knapp sieben Jahren in einer Beziehung und denke fast jeden Tag an den Ex. Boah, das ist so krass. Das ist scheiße. Das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Filme sind. Mann. Das ist scheiße, sagst du. Das ist so ein bisschen, na voll. Das macht sie ja nicht extra. Sarah ist in einer Scheiß-Situation, weil es für sie natürlich kacke ist. Und ich muss auch sagen, für den Partner ist es natürlich auch cool. Der weiß zwar nichts davon, aber uncool meine ich. Aber der weiß natürlich nichts davon. Aber trotzdem ist es natürlich kacke. Wenn ich mir vorstelle, meine Freundin denkt jeden Tag an ihren Ex, würde ich denken, uh, blöd. Ja, also sie, gut, also. Oh, jetzt sag doch nicht, ja, finde ich auch okay. Finde ich auch okay. Nein, 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 nein. Es ist die Frage, in welchem Ausmaße sie an den Ex denkt. Naja, so, dass sie uns das schreibt und das offensichtlich ein Problem ist. Ja, na gut, es kann ja, es kann ja von, ach ja, der Thomas, ach ja, stimmt, damals war wir uns zusammen, ach ja, das war ganz schön. Es kann ja von das sein oder es kann sein, oh Gott, Thomas, ich will die Klamotten vom Körper reißen. Oh, komm her, alter Thomas. Ja, ich würde sagen, ich würde den Mittelweg nehmen und würde sagen, ach Thomas, ich vermisse dich. Sieben Jahre. Yo. Ich meine, wenn die Beziehung trotzdem funktioniert, die neue, das ist die Frage, inwieweit ist das jetzt beziehungsblockierend oder beziehungsrelevant? Ja. Naja, ich würde fast sagen, aber wenn Sarah sieben Jahre an den Ex denkt, dann würde ich fast sagen, ist Sarah in der Verpflichtung, rauszufinden, was das da mit dem Ex noch ist. Also, ich würde fast sagen, ach, das kann man ja fast nicht sagen, also, ich weiß, wenn meine Freundin jetzt hinter mir sitzen würde, die würde sagen, nee, das kann sie nicht machen, die soll gefälligst nicht mehr an den Ex denken. Ich weiß, dass das die Antwort wäre. Und könnte man auch sagen, man könnte jetzt natürlich den Ratschlag geben, hör auf damit. Man könnte aber auch den Ratschlag geben, du musst rausfinden, was das mit Thomas ist. Wir nennen ihn jetzt einfach Thomas. Du musst rausfinden, was das ist. Im Sinne von, du musst den Kontakt vielleicht nochmal suchen und sagen, oh, das ist aber auch ein Hintergehen des neuen Freundes. Weil du findest es ja scheiße, wenn man sich mit dem Ex trifft. Naja, natürlich. Jetzt habe ich dich erwischt. Nee, ich sage ja gleichzeitig, das Hintergehen ist scheiße. Naja, Jein hintergehen. Ich meine, das ist ja zu seinem Wohle ein bisschen auch, oder? Was soll sie ihm das sagen? Nee, es ist ja nicht zu seinem, es ist nur zu seinem Wohle, wenn sie hingeht. Zu seinem Schutze. Es ist nur zu seinem Schutze oder Wohle, wie auch immer du es nennen willst, wenn sie hingeht und merkt, nee, ich habe mir das nur eingeredet. Wenn sie aber hingeht und sagt, oh shit, ey, das ist ja doch der Richtige, dann ist das ja nicht. Wobei, auch dann ist es zu seinem Wohle, wenn man will. Weil, dann ist er nicht mehr mit einer Frau zusammen, die ihn eigentlich gar nicht will. Oh, ist das eine Scheißsituation. Wieso habe ich das als Quickie-Frage ausgewählt? Dolle dumm. Sag mal, sieben Jahre, ja, also daran kann sie ja nichts ändern, dass sie an ihn denkt seit sieben Jahren. Aber wie gesagt, du hast richtig gesagt, da scheint was nicht abgeschlossen zu sein. Ja. Und das muss man, und ich glaube, das muss man rausfinden. Ich glaube, man muss rausfinden, was ist das? Und das ist der Punkt, wo man dann nochmal zum Ex vielleicht den Kontakt sucht, weiß er auch nicht, vielleicht ist er auch da, wo man den Kontakt sucht und sagt, auch ganz offen und ehrlich sagt, ey, pass auf, es ist gerade eine richtige Scheißsituation, aber ich denke immer noch an dich. Was ist das? Ja, also wie gesagt, manchmal hilft es ja auch irgendwie noch, vielleicht gab es kein klärendes Gespräch oder sowas, weißt du, manche Beziehungen sind ja, okay, ich trenne mich so, zack, und dann wird nie wieder darüber geredet und der Verlassene sitzt dann da und denkt, es war doch alles voll gut und, äh, keine Ahnung, vielleicht, ja, manchmal hilft es dann irgendwie doch nochmal anzurufen oder zu sagen, ey, ich würde gerne nochmal darüber reden, ich würde es mir einfach von der Seele reden und vielleicht kann das was lösen. Das ist schwer. Finde ich auch. Jetzt haben wir ihr nicht wirklich geholfen, außer dass wir sagen, du musst, ja, du musst rausfinden, was, was ist der Grund, was ist das? Fehlt das klärende Gespräch, musst rausfinden, ist es vielleicht doch der richtige Partner für dich gewesen und vielleicht sieht er das genauso, aber irgendwie muss, irgendwie muss der Weg sein, das aus dem Kopf zu kriegen und da, das kannst du ja meistens nur, wenn du Sachen klärst, sonst ist ja immer, was wäre, wenn. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, klärendes Gespräch. Doreen fragt, muss man bei einer Trennung den Grund nennen? Ja, müssen tut man gar nichts, oder? Nee, aber. Ich fände es schon nett. Ich fände es auch nett, ja, ich fände es auch, ich fände es auch nett. Kommt auf den Grund an, kommt auf den Grund an. Yo, und da erinnere ich mich an dich aus den letzten Folgen, du sagst ja, sag ihm das bitte nicht, dass es da einen anderen gibt. Nee, stimmt, stimmt schon, hast recht. Nee, ähm, ich sag ja immer so, ich hatte irgendwann mal gesagt, wenn jemand die Wahrheit wissen will und fragt, dann sollte, sollte er sie auch erfahren. Wenn jemand nicht danach fragt, dann muss die Person sie nicht erfahren. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Falle funktioniert. Nee, also ich bleibe bei meiner Meinung, wenn es nicht zwingend ist. Ich meine, irgendwas muss man ja sagen, wenn man sich denkt. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, man muss, ich finde, man muss einen Grund bei der Trennung nennen. Weil für mich heißt, muss man einen Grund nennen, ist sonst irgendwie so, ja, ist Schluss, Schluss, tschüss. Warum? Ich habe gesagt, tschüss. Ja, der andere lässt ja auch nicht locker, weil es dann, wenn es aus heiterem Himmel passiert, so 11, aber wieso, ne? Genau, du musst vielleicht nicht den, du musst vielleicht nicht den, ja. Ja, eine schonende Art finde ich schon ganz gut. Und wenn es jetzt wirklich ganz spezielle Dinge sind, wie, äh, du bist schlecht im Bett oder so, ey, nee, das ist, weißt du, das sind Sachen, die können, können den anderen einfach wirklich, ja, aber dann gibt es halt auch so, ja, okay, absolut. Absolut, also, du bist schlecht im Bett oder dein Penis ist zu klein oder so, dann denke ich mir, dann würde ich, würde ich halt zu meiner Freundin sagen, würde, die sich trennt, in der Situation würde ich sagen, ja, und du bist eine dumme Sau, dass du offensichtlich mit meinem Penis ein Problem hast, so. Ja, aber du würdest halt mit dir rumschleppen dann, so, weißt du, natürlich schleppst du das, ja, natürlich schleppst du das mit dir rum, aber ich wollte nur sagen, du bist eine dumme Sau, dass du hier sowas gerade sagst, weil du weißt, was du damit anrichtest. Ja. So, und ich finde, ich finde, man muss einen Grund nennen und wenn der Grund ist, weil du ein notorischer Fremdgeher bist, weil du das und das machst und ich das nicht mehr ertrage, weil du ein Choleriker bist, das kann man auch sagen. Alles, was verbessert für die Zukunft des jeweiligen Menschen helfen könnte, kann man auch sagen, aber ich finde auch, man muss nicht sagen, weil ich mit einem anderen schon seit zwei Monaten schlafe. Oh Gott. Aber irgendeinen Grund muss zu nennen und sei es der Grund, was ja auch immer, Grund ist immer scheiße, Grund wird immer schwer angenommen werden, aber du musst dem Partner, du musst so viel Anstand haben und dem Partner sagen, warum es nicht mehr für dich funktioniert. Und was, ob das letztendlich wirklich der wahre Grund ist oder nicht, aber du musst respektvoll mit dem Partner die Beziehung beenden. Ja, da muss man abwägen, so was ist der Grund, kann man diesen Grund jetzt wirklich nennen oder es ist jetzt, was nur in der Konstellation hier zwischen uns nicht funktioniert hat, aber grundsätzlich, ja, finde ich es auch, finde ich es gut. Wir quatschen zu viel, ich muss ganz viele Quickies rausschmeißen, ich improvisiere und die letzte Frage, weil ich glaube, finde, das ist auch eine sehr gute Abschlussfrage. Bettina, wie lange sollte man getrennt sein, bevor man eine neue Beziehung eingeht? Gibt es keine Formel für, gibt es keinen Zeitraum, was auch immer? Ne, denke ich auch. Ich glaube, das kommt von Person zu Person an. Manche brauchen Monate, manche brauchen Jahre, bei manchen geht es schneller. Ich glaube, du wirst selbst wissen, wann der Punkt ist, dass du wieder dich frei fühlst, dass du wieder Lust hast, jemanden kennenzulernen, dass du wieder Lust hast, rauszunehmen, rauszugehen und nicht mehr jeden Tag mit dem Gedanken aufwachst, schade, dass es vorbei ist. Ich glaube wirklich, dass man das irgendwie spürt. Glaube ich auch. Irgendwann ist der Punkt da, dass man es so empfindet oder irgendwann ist der Punkt da, dass man jemanden trifft, sieht und denkt, oh, okay, hallo. Ja, genau. Also, da gibt es kein Geheimrezept für. Wir sind alle verschiedenen Menschen, wir sind nie gleich und wir werden nie gleich empfinden. Wir werden nie dieselben Dinge für richtig erachten als Menschheit generell. Das ist so. Ich empfinde es gerade so, als wäre es der richtige Zeitpunkt, lebwohl zu sagen, Alexander. Adieu, mon amour. Lebwohl im Sinne von, Freunde, ihr müsst jetzt tapfer sein. Ja. Wir machen eine Pause. Wir machen an dieser Stelle eine Pause. Das liegt daran, dass der feine Herr Urlaub macht. Jetzt gibt er mir wieder die Schuld. Ist doch so. Ja, das stimmt, aber... Wer fliegt denn zu Micky und Mini? Ich mit meinen Kindern? Aber der eigentliche Grund, der Schuldige bist ja du, weil... Warum? Wer zieht von Köln nach Berlin? Ja, das ist doch nur, weil ich näher an dir dran sein will. Also, Freunde, das war jetzt erstmal die letzte Folge. Das ist aber nicht die letzte, letzte Folge, sondern wir machen eine Pause. Alex fliegt nach Orlando, darf ich hoffentlich sagen. Ja. Und wird dort mal sich einen Traum erfüllen, NBA-Spiel zu sehen, was ich richtig geil finde. Dann Disneyland natürlich mitnehmen. Und ich werde parallel in die Stadt ziehen, die er in diesem Moment verlässt. Ich werde von Köln nach Berlin ziehen. Das heißt, wer uns hier gerade auch, oder nicht gerade, weil jetzt hört ihr uns und dieser Teil kommt ja nicht als Videopodcast raus, aber wer uns auch auf YouTube sieht, der sieht das letzte Mal dieses Setting, wo ich hier gerade bin, weil die nächste Folge wird bei mir in Berlin aufgenommen werden. So, ey, wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht, ob wir vielleicht auch in Zukunft einfach mal versuchen, an einem Ort zu sein. Ja, Mann, was ist da los? Haben wir wirklich nicht, ne? Nee. Wollen wir das einfach nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, unterbewusst wollten wir das beide nicht. Ich möchte das bitte nicht. Also, Freunde, deswegen ist es umso wichtiger denn je, uns auf Social Media zu folgen, at Ratschläge unter Freunden auf Instagram, ansonsten at Christopher Kohn und at Goat030. Das sind die jeweiligen beiden von uns. Da werdet ihr sehen und hören, wann es bei uns weitergeht. Das wird nicht zu lange dauern, aber wir können noch kein festes Datum sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall dann mit euch. Ich würde mal sagen, die erste Staffel hatte zehn Folgen, die zweite Staffel hatte acht Folgen und wir freuen uns auf die dritte Staffel mit euch. Und ich kann nur aus tiefstem Herzen sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hier, bis zur achtzehnten Folge an unserer Seite seid. Nach wie vor teilt den Podcast, kommentiert dort, wo ihr kommentieren könnt, abonniert uns dort, wo ihr den Podcast hört und geht auch sehr gerne auf Spotify und bewertet uns, wenn euch das gefällt mit fünf Sternen. Das bedeutet uns immer sehr viel. Dem kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, ihr freut euch auf die dritte Staffel, weil die wird tausend Folgen lang sein. Eine lange Staffel. Nein. Wow. Darüber reden wir nochmal. Freunde, vielen, vielen Dank. Wenn ihr gerade in einem Trennungsschmerz seid, wir fühlen mit euch, wir denken an euch, es ist scheiße. Vielleicht gibt es euch ein bisschen Komfort, wie sagt man das auf Deutsch? Seelenfrieden. Gibt euch das ein bisschen Seelenfrieden, dass ihr wisst, ihr seid nicht allein. Wir haben das alle und wir haben das alle schon mal gehabt und wir werden das irgendwie auch irgendwann mal wieder haben im Zweifelsfalle. Es muss ja nicht die Beziehung sein, Trennung, Veränderung. Wir denken an euch, ganz fest. Und passt auf euch auf. Denkt euch immer, Christopher hat es am meisten durchgemacht. Und Alex hatte zwei Beziehungen und wurde viermal verlassen. In dem Sinne. Tschüss. Ciao. Ratschläge unter Freunden 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 Ratschläge unter Freunden